Unter den Menschen sind uns bisher viele Bosse unterschiedlicher Organisationen bekannt. Unter den Pokémon allerdings weniger. Eines von ihnen ist aber wohl Mastifioso, welches wir uns heute mit dessen Kollektion einmal genauer anschauen werden. Ja, zumindest wenn man nach dem Aussehen und nach dem Namen von Mastifioso geht, im Englischen ist es dann doch nochmal ein bisschen genauer erkennbar, nämlich Mabostiv, also Mafia-Boss. Ja, da liegt es dann so quasi auf der Hand. Ich würde sagen, wir schauen uns die Box noch einmal kurz von hinten an, denn da steht auch nochmal ein cooler Text. Gewinne die Oberhand mit Mastifioso X. Mastifioso ist für gewöhnlich friedfertig, doch wenn er seine Familie beschützt, ändert sich das. Mache mit diesem Träume-Pokémon gemeinsame Sache und versetze deinen Gegner entmutigende Treffer. Ja, und natürlich wendet man sich auch nicht gegen Familie und ich hoffe, wenn wir das nicht tun, sind hier auch heute ein paar coole Hits drin. Ja, aber genug vom Pokémon selber. Wir gucken uns jetzt heute auf jeden Fall nochmal die Karte natürlich an. Also wir haben einmal das Mabtiv aus Entwicklung in Paldea. In Holo ist ein Holo-Reprint ganz cool. Dann haben wir Mastifioso X als Karte. Die gab es natürlich bisher noch nicht. Also das ist die allererste Promo-Karte von, oder die allererste X-Karte von Mastifioso. Und tatsächlich bisher nur in dieser Box verfügbar. Eventuell kriegen wir davon nochmal ein Reprint. Mit Entmutigen während des nächsten Zuges des Gegners fügen die verteidigenden Pokémon eingesetzten Attacke 50 weniger zu. Und stattliche Fänge, wenn auf den Pokémon auf der eigenen Bank mindestens ein Schadensmarkt liegt, fügt die Attacke 120 Punkte mehr zu. Das ist natürlich eine ganz coole Attacke. Ist natürlich für so Donnersichel-Decks eventuell. Aber wird jetzt wahrscheinlich nicht so anklangend in den meisten Decks finden. Also auf jeden Fall eine coole Karte. Wie gesagt bisher nur in dieser Box verfügbar. Mal gucken, ob in irgendeinem Set nochmal eine Mastifioso X-Karte mit den Attacken rauskommt. Und wir haben dieselbe Karte natürlich nochmal als Riesen-Promo. Ja, den Code gibt es nochmal ein bisschen später, Leute. Also bleibt gerne dran, falls ihr den bekommt. Weil mit diesem Code ist glaube ich auch die einzige Möglichkeit, dieses Pokémon oder diese Karte online zu bekommen. Ja, die vier Booster sind auch okay. Also wir haben Paradox Rift, Entwicklung in Paldea und Fusionsangriff. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal von hinten. Mit der Frage natürlich heute, wir beziehen uns nochmal auf die erwähnten Bosse verschiedener Organisationen. Und zwar, welcher der folgenden Bosse oder Anführer war niemals auf einer Befehl-vom Boss-Karte vorhanden? Okay, Leute, ich muss einmal kurz Kartentrick machen. Und zwar war es A. Giovanni von Team Rocket natürlich oder B. Mark von Team Magma, C. Zyrus von Team Galactic oder D. Flor Delis von Team Flare. Ja, einer dieser Bosse hatte niemals eine eigene Befehl-vom Boss-Karte bekommen. So, wir haben auf jeden Fall Kolossant und ein gerade explodierendes Geowatz. So, dann gehen wir mal weiter rein in Entwicklungen Paldea, wo das Mob-Div auf jeden Fall herkommt. Und vielleicht ziehen wir den ja heute auch nochmal. Also, muss jetzt nicht unbedingt sein, to be honest. Aber, naja, mal sehen. Also, diesmal kein Kartentrick. Ich habe das auf jeden Fall gemerkt, Leute. So, wir haben einen Sproxy. Dann haben wir einen Lumi-Spros, wie Herber. Ein Scheinux. Das unheilvolle Schneegebirge. Dann haben wir Kranowitz. Ein Luxio. Tropius haben wir auf jeden Fall mit dabei. Ein Wingal. Und ein Juju-X. Okay, das nehme ich tatsächlich super gerne. Denn ich glaube, Juju-X haben wir bisher noch gar nicht gezogen. Ich glaube, das ist tatsächlich eins der X-Karten, die wir aus diesem Set noch nicht einmal hatten. Cool. Nehmen wir gerne mit. Ist nochmal ein X-Hit. Und damit, ja, bisher schon eine ganz, ja, hitreiche Kollektion, wenn man so will. Nein, also es ist, was die Box natürlich super interessant macht. Ähm, ist natürlich einfach, dass diese X-Karte noch nicht erschienen ist. Und wenn man sie natürlich spielen oder sammeln will, man quasi, also entweder um die Box nicht drumherum kommt, oder man holt die Karte sich halt einfach im Nachhinein. Ähm, tatsächlich gibt es wahrscheinlich einige Verkäufer auf Kartenmarke oder so, die die Box natürlich öfter öffnen werden und dementsprechend die Promokarten dann auch verkaufen. Ich, äh, behalte sie natürlich, weil ich werde diese Box hier nur einmal öffnen und an sich werde ich an diese Karte wahrscheinlich auch nicht mehr rankommen. Wie gesagt, was Spielstark angeht, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch, äh, gerade weil sie halt in keinem Hauptset vorhanden ist, so spielt, also ob man sie spielen darf. Ähm, das sei jetzt erstmal so dahingestellt. Aber, naja, so, wir haben auf jeden Fall einen Konterfänger, was natürlich eine ganz coole Karte ist. Dann haben wir Geo Sali, dann haben wir einmal einen Irrbis. Und wir haben Thulia in Full Art dabei! Okay, ähm, ja, ist schön, dass sie uns hier nochmal einmal am Ende begrüßt. Ähm, ob wir die haben, ist mir natürlich... Ich glaube, wir haben sie auf jeden Fall schon gezogen. Ey, aber eine Trainer Full Art und damit unser zweiter Hit oder zusätzlicher Hit hier drin. Ist natürlich sehr, sehr schön, Leute. Und, ähm, ja, ihr habt natürlich heute nicht so viel Bedenkzeit gehabt. Aber es war natürlich, ähm, Marc von Team Magma, der hatte nämlich bisher keine... Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal eine Trainerkarte bekommen hat. Ähm, aber genauso wie Adrian von Team Aqua, die beiden waren nie auf einem Befehl von Bosskarte abgebildet. Leute, cool, wenn ihr es gewusst habt. Ich bedanke mich definitiv fürs Einschalten und, ähm, lasst mich gerne wissen, ob ihr euch diese Box oder diese Karte holen werdet. Aber damit ich mein Versprechen natürlich auch noch halte, Leute. Und, äh, bevor ich es hier komplett vergesse, hier noch einmal der Code unserer Kollektion. Haut bis zum nächsten Mal rein. Macht's gut und... Ciao.